Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breitaufformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Herr Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das blijven in meurem Kaiser, Jörgels, Krebs, und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Wer schickt sie? Das wird Mardin! Sie sind ein Befehl, zu Ihrem Zeichen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich stand Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißenes deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man ein Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mit jedem nur als bestätigem Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höhrenoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Unfrooz! Unfroozat! 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 Untertitelung des ZDF, 2020